So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of the Damned. In der letzten Folge haben wir hier Christopher kennengelernt, der solle Sachen verkauft. Und wir werden da heute mal einkaufen. Und zwar werden wir heute rote Juwelen einkaufen, wo wir uns dann bei Bedarf, ähm, ja, upgraden können. So. Gut. Und dafür geben wir unsere, hier die, ähm, weißen Juwelen aus. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel wir dann haben. Hier. Uah! Gott, oh Gott. So, ich stelle bei uns jetzt die Hand ab, oder? Uah! Okay. Gut, wir haben jetzt zehn Stück. Und dann gucken wir mal. Ich wollte die Waffen, die wollte ich noch nicht. Äh. Upgraden. Licht. Schuss. So, hier. Wir könnten, ah. Also eigentlich, wir könnten tatsächlich die ganze Gesundheit auf Maximum upgraden. Okay. Wir haben die roten Juwelen, und das heißt, wir können das wirklich machen, wenn wir es brauchen. Was haben wir da? Well, what's this? Sushi with a dick? These guys may look ugly, but they're actually quite useful. Are they friendly? Yes. I kept one as a pet. Hit them with light, and they'll keep you safe. Okay. Eine Sushi-Leuchte. Prima. Hausbeam. Okay. Klasse. Okay. Wir ballern einfach bildtropflos. Oh, das ist ein Lichtfässer. Warte mal. Ah. Zack. So. So muss das sein. Okay. Die neue Strategie ist, wild drauf ballern. Nur so als Info. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Gibt's hier was? Okay. Eine Kiste. Bum. Nix drin. So. Cemetery. Really? I had no idea. No, there is. No need to get snippy. It's just this wasn't here before. Since when do demons get buried? Since I came to town. Okay. Eine Schnapsflasche. Oh, davon haben wir gar nicht so viele, ne? Drei Stück jetzt. Ist was knapp. Okay. Ich meine, das sieht man ja schon. Wenn wir da jetzt hingehen, passiert irgendwas. Ich würde sagen, wir gehen erstmal vorsichtig an der Seite rum. Mal gucken, ob wir was sehen können. Ich bin wahrscheinlich viel zu vorsichtig. Aber sieht schon übel aus, ne? So ein blutiges X. Okay. Und jetzt? Mehr gibt's nicht. Wir haben wahrscheinlich maximale Munition. Und das ist ein Grab. Wir müssen wahrscheinlich da rein, ne? Okay. Und die auf die roten Dinger her. Bam. Ja. Ja, hab ich ja. Passiert nix. Ja. Okay. Okay. So viel zu meiner Strategie. Hier stehen wir aber auch kack hier in der Ecke. Ähm. Okay. Ne, läuft gerade nicht. Nicht gut. Wir kommen ja auch nicht irgendwie richtig weg. Richtig zielen können wir auch nicht, weil wir irgendwie in der Ecke festhängen. Okay. So. Fuck. Aber wir haben auch irgendwie die falsche Waffe, ne? Und ich glaube auch nicht, dass das hier gut geht. Wir sind auch gleich tot. Wir versuchen... Warum trinkt der nichts? Ich hab doch... Aha. Heiße Sake. Hallo. Er müsste das jetzt trinken und sich heilen. Aber das geht nicht. So. Wir müssen hier scheinbar weg. So. Und jetzt versuchen wir hier. Ähm. Wir sind aber auch schnell. Warum trinkt der das nicht, wenn ich das auswerte? Ah. Okay. Das liebt jetzt nicht so gut. Okay. Klar. Nochmal. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt eine andere Waffe. Aber warum der jetzt nichts getrunken hat, weiß ich nicht. Finde ich jetzt irgendwie... Irgendwie doof. So. Okay. Jetzt wissen wir ja. Ich laufe den rüber, hole uns die Schnapsflasche. Jo. Ein Friedhof. Und das kennen wir ja schon. Da oben steht ja auch einer auf dem Dach. Den hab ich ja vorher gar nicht gesehen. Zack. Weg ist er. Okay. Haben wir die Schnapsflasche und... Genau. Drei Stück. War das der? Ja, ne? Oder war das der? Ne. Wir nehmen den grünen hier, den. Das war mir dieses schrotflintenartige Teil. Okay. Mr. X. Genau. Nur ein Dämon-Hunter could kill this many and not be lying dead next to them. Genau. Laufen aus unserem Grab. Wir werden uns zusammenbauen. Und... Irgendwelche Vorschläge draufballern. Und... Jetzt. So geht das. Der richtigen Waffe ist ja kein Problem hier. Komm, nochmal. Bäm. Bäm. Zack. Und... Nochmal. Und dann... Machen wir es schon. Dachte ich. Oder? Ja. Sehr schön. So. Die kriegen wir auch noch her. Machen wir das. So, ne? Ah. Hehehe. Läuft auf. So. Oh, nochmal. Komm. Zickzack. Rüber ab. Oder auch. Oder der ganze Körper. So. Okay. Ah. Die sind... Davon hatten wir noch 17 Stück. Okay. Ach nee. Das waren die blauen. Die waren die grünen, ne? Okay. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Würde ich mal sagen... Stecken wir mal das... Das Gehirn in diesen... Schäden da hier. Oh. Batch. Schäden. Sehr schön. Und. Düsen wir einfach mal los, ne? Ah. Ein bisschen was machen wir noch, ne? So. Ich würde die Folgen was kürzer halten hier. Aber das erzähle ich, glaube ich, schon seit Ewigkeiten. Okay. Das sieht gut aus hier. Einmal darüber. Aber die Viertelstunde machen wir heute. Viertelstunde ist super. Und... Batch. Batch. Okay. Was kommt jetzt? Akt 2, 3. Was für eine schöne Welt. Genau. Aber ist doch gut. Mit der richtigen Ausrüstung ging das doch jetzt hier. Ratz, fatz. Und warum der erstmal nichts getrunken hat, weiß ich nicht. Okay. Okay. Eine super Idee, dann machen wir das doch. So. Links, rechts kommen wir nicht mehr vorbei. Wir müssen einfach... Jo. Einmal drücken. Interessiert das natürlich, ob wir jetzt runterfallen könnten. Aber ich probiere es nicht aus. Okay. Wir können schwingen. Und hoch runter. Okay. Schwingen wir mal hier. Jo. Das war... Das war doch... Das war gut. Und noch. Okay. Das ist irgendwie witzig. Jo. Okay. Scheinbar haben wir es sogar richtig gemacht. Das gefällt mir. Okay. Jede Menge Diamanten in der Luft, ne? Gucken wir, wie viele wir davon kriegen. Aber ich frage mich jetzt gar nicht. Wo überhaupt irgendwas passieren kann hier. Wir drehen uns hier lustig im Kreis. Und dabei gehe ich halt so langsam höher, ne? Ist das nicht... Oder sind diese Krystalle ein bisschen... ...fallisch? Hehe. Du willst ein bisschen reden. Okay. Alles klar. Also scheinbar kann man da wirklich nicht viel falsch machen. Aber ich versuche halt wirklich viele von diesen Diamanten jetzt einzusammeln. Oh, da sind... Aber abstürzen können die scheinbar auch. Schade. Okay. Und wieder eine Stufe G schafft. Und da oben ist schon die Glocke. Ach, wir sind schon da. Och. Das fand ich mal witzig. Du siehst? Chandelier. Brillant Idee. Für die, die du aus deinem Arsch gehst. Wrong. Ich habe kein Arsch. Okay. Naja, das ist doch super Ende. Hier will speichern da vorne dran. Dann sag ich mal... Das war's dann für heute. Ist doch ein super... ...ein super Abschluss. Okay. Dann sag ich einfach mal... Tschüss und bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Tschö.